ich wünsche euch einen wunderschönen guten morgen wünschen wir auch ist die technik bereit technik ist bereit der schäfer der hat sich verkleidet und ich auch weil wir fasching feiern verkleidet ihr euch auch gerne könnt ihr jetzt mal machen bei dem lied was wir gleich singen haben wir uns selber strofen ausgedacht zu unseren verkleidungen wenn du lust hast kannst das auch mal machen viel spaß kinder jetzt ist faschingszeit jub heidi jub heidi habt ihr schon ein narrenkleid jub heidi haida wer nicht mitmacht mit humor das ist ein armer tor jub heidi und jub heidi jub heidi jub heidi jub heidi jub heidi haida ein cowboy bin ich richtig gern jub heidi jub heidi jub heidi jub heidi jub heidi Juppeidi Haida, Kramsätzin mit nem Diaden. Juppeidi, Juppeidi originally. So will ich mich gerne sehen. Juppeidi Haida, wer nicht mitmacht mit Humor. Haidas ist dein Armator. Juppeidi und Juppeidi, Juppeidi Chaisasa. Juppeidi und Juppeidi, Juppeidi Haida. Ich reit heut auf einem Pferd. Juppeidi, Juppeida, bin ein Ritter mit nem Schwert. Juppeidi, Haida, wer nicht mitmacht mit Humor, Haidas ist ein armer Tor. Juppeidi und Juppeida, Juppeidi, Juchaisasa. Juppeidi und Juppeida, Juppeidi, Haida. Ich will heut kein Monster sein. Juppeidi, Juppeida, früher wär man, das wär fein. Juppeidi, Haida, wer nicht mitmacht mit Humor, Haidas ist ein armer Tor. Juppeidi und Juppeida, Juppeidi, Juchaisasa. Juppeidi und Juppeida, Juppeidi, Haida. Juppeidi und Juppeida, Juppeidi, Juchaisasa. Juppeidi und Juppeida, Juppeidi, Haida. Heute grüßen wir die Luise Schröder Schule in Niedenstein Ja, und besonders die 3a, b und c Der Witz des Tages ist heute ein bisschen gruselig Ja, wir haben nämlich etwas Gruseliges bei uns in der Schule gefunden Guckt euch das mal an Wieso können Skelette schlecht lügen? Weil sie leicht zu durchschauen sind Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal